willkommen zum nächsten bestellungspack video und wir schauen einfach mal was ist los ja was kam denn rein und zwar ein enderman bzw der geht raus wir haben hier einmal die minifigur aus minecraft die min 139 und da könnt ihr schon sehen es ist einfach ein enderman der hat hier auch sein dirtblock mit nächstes kinder den sandblock mit dabei und ja langes ding cooles teil und die augen mit dabei super ja so kann doch eine woche anfangen lange keine minecraft figur mehr verkauft und ich würde sagen das ist doch mal ein guter start wir gucken mal was natürlich die nächsten tage noch so passiert aber das ding wird erstmal gepackt und geht dann in die post dankeschön es geht weiter das lange oster wochenende liegt hinter mir und da sind ein paar bestellungen zusammengekommen die ich euch gerne zeigen möchte natürlich habe ich mir die feiertage etwas geruht aber es geht natürlich weiter mit den bestellungen die gehen natürlich auch sehr schnell wieder raus wir schauen einfach mal drüber die die kleinste ist so 16 euro mit versand und die teuerste ich glaube 32 mit versand ja nichts wildes und zwar haben wir hier einmal eine bestellung die habe ich jetzt tatsächlich sehr rabiat eingepackt wir haben hier einmal neue teile einmal gebrauchteile liegt einfach daran ist in 140 klotz etwa 140 klotz glaube ich und 40 klotz und 140 items genau und da dachte ich mir also das kann man dann auseinander dividieren das wird schon funktionieren zumal das ist diese kleine bestellung für 13 euro ich glaube da das passt schon wie gesagt gebrauchteile und neuteile getrennt damit kann man schon mal halbwegs gut vorsortieren ist etwa halb halb verteilt das heißt man hat in einer tüte 14 oder so kann man wunderbar mit leben vielen lieben dank dafür so eine bestellung ist natürlich auch immer sehr schön ein wirkliches highlight gibt es da jetzt nicht vielleicht hier diese transparenten technik lift arme ja aber ansonsten aus dem pot racer set ist es aber ansonsten alles halb so wild dann haben wir hier eine bestellung das waren glaube ich das war die teure mit pan 30 32 mit versand da haben wir alleine 83 mal hier diese blauen steine einmal vier ja die habe ich irgendwann mal glaube ich bei den über friends sets angesammelt und da sind jetzt wirklich mal fast alle rausgegangen ich habe noch 13 stück oder so übrig also wirklich eine klasse bestellung und ansonsten gehen dann noch viele platten raus gebraucht vor allem ja also ihr seht ihr die use tüte sechs lots und es sind nur platten ja also günstiger kommt man glaube ich eh nicht an diese platten dann haben wir hier noch ein paar neue teile hier transparente köpfe ja alles möglich ihr seht 14 lots überschaubar hier noch mal eine tüte mit 15 lots ebenfalls ein paar kleine platten die habe ich wenigstens noch mal eingepackt also was so kleinere steine sind in größerer stückzahl das war noch mal eingepackt dann ja damit es ein bisschen leichter ist hier so ein paar platten hier diese rails ja diese führungsschienen und ein paar basic bricks ein paar größere plates einmal vierer paar jumper also kunterbunt gemischt und das ist die eine bestellung und dann haben wir eine bestellung 22 um den dreh ist die wert mit versandkosten wie gemerkt wie erwähnt da haben wir vor allem figuren ja hier einmal ein wie heißt ein clone trooper phase 2 aus dem 75 345 battle pack also aus dem 501 battle pack dem kleinen sozusagen der mit dem einen mit dem einen rangefinder hier unten dann haben wir hier noch eine superheros figur ist es glaube ich sh 7 8 4 ja müsst ihr mir glauben dann haben wir noch mal die sw 10 66 das ist einmal finn dann haben wir hier von einem zug dieses seitenteil das kostet allein schon 56 euro wirklich verrückt und dann haben wir hier noch so ein paar einzelsteine mit dabei hier seht ihr diese lampen für den helm in light blue grey dark blue grey sind auch noch mal drei stück dabei ansonsten so ein bisschen wirklich nur kleinkram sind auch nur 9 lots also das passt schon und von daher würde ich sagen super bestellungen wir sammeln aber noch ein bisschen weiter würde ich sagen wir gucken mal was die tage noch so passiert und ich werde die wand natürlich immer wieder schön befüllen und da würde ich sagen vielen lieben dank für diese bestellungen die werden gepackt gehen zur post und wir schauen was als nächstes kommt einige tage später und es kam mal wieder eine bestellung rein das ist ja mittlerweile der april und ich glaube das ist die erste bestellung für den april und es geht auf jeden fall rasanter los als es im märz war und zwar das erste set wurde wieder verkauft wir gucken mal schnell drauf zwei lichtschwerter noch dazu bzw die laser strahlen drei lots drei items 45 euro und die 94 98 und da gucken wir mal drauf würde ich sagen nicht wundern ich bin hier platz ich platztechnisch gerade ein bisschen eingeengt da ist so viel neues im shop gelandet könnte gerne mal abchecken ja viele viele neue teile am start wir gucken erst mal auf das uninteressanteste hier die beiden lichtschwert strahlen das passt ja dann hier die verpackung es ist eine gebrauchte verpackung ja steht auch glaube ich alles so möglichst detailliert immer mit dabei dass sie ein bisschen verdrückt ist ja nichtsdestotrotz ist ja schön dass man so eine verpackung hat ja also das ist ja wirklich eine tolle sache wird natürlich auch gleich wieder schön in seidenpapier eingewickelt und dann geht es auch so raus und also natürlich noch in den karton rein dann haben wir hier die tüte mit den ganzen einzelteilen die sticker sind auch angebracht ist alles beschrieben ja ich habe jetzt gar nicht noch mal in der beschreibung nachgelesen ob alle sticker dran sind oder so wenn ihr bei mir ein set kauft lest noch mal durch es ist wirklich extrem detailliert eigentlich aufgelistet wenn irgendwas nicht passt und dann haben wir hier noch die tüte mit den drei minifiguren ja ihr seht auch hier schön wieder eingeschweißt kommt auch so natürlich jetzt dann mit ins paket also kommt hier gleich in das set rein und dann haben wir hier noch die beiden anleitungen diesen auch in einem soliden zustand würde ich sagen einem relativ schönen zustand auch noch und ja das passt doch wunderbar freut mich natürlich dass jetzt wieder ein set rausgeht denn das nimmt bei mir sehr viel platz weg die sets die nehmen einfach platz weg so steine kein problem aber sets holy moly ja also wenn ihr mir was gutes tun wollt schaut mal bei meinen sets durch vielleicht ist ja was für euch dabei weil ich brauche langsam den platz gerade sowas wie das ganz chip oder so das nimmt enorm viel platzwerk mit dem mit der verpackung also gerne mal reinschauen vielleicht ist ja was dabei und genau ich würde sagen ich packe das mal richtig schön gleich ein und dann geht es auch morgen zur post ich wünsche viel freude vielen lieben dank und dann sehen wir uns bei der nächsten bestellung das dauert jetzt so ein bisschen glaube ich bis das video online geht aber wir sammeln wieder ein bisschen bis zum nächsten und bis gleich und ab in die letzte runde mit den bestellungen für diese woche es kamen jetzt noch mal drei bestellungen rein ich meine diese bestellungs videos die sind wirklich mal kommen sie mal nicht es hängt einfach davon ab wie viel bestellungen kommen deswegen verzeiht es mir dass das sehr unregelmäßig jetzt war oder auch ist da habe ich leider keinen wirklichen einfluss drauf aber wir gucken mal darauf was da so reingekommen ist wir haben drei bestellungen und die haben alle zwei haben was mit zügen zu tun auf jeden fall sind in allen bestellungen besondere teile dabei wir gucken mal zu allererst hier hinten auf diese bestellung dieses teil sind glaube ich sechs euro um den dreh das ist so eine 6 x 28 zug base plate ja sehr sehr cool die habe ich auch noch mal in 6 x 24 glaube ich auf lager das heißt falls ihr da interesse habt oder sowas braucht da ist jetzt schon mal die große davon wiederum weg dann haben wir hier eine bestellung das sind glaube ich so 15 euro gewesen sehr viel kleinkram und hier seht ihr das diese langen dark blue gray oder pearl grays ist glaube ich diese hose also h o s e und die liegen auch irgendwie bei vier euro das stück die kommen glaube ich aus dem potracer wenn ich mich nicht ganz täusche gerade aus dem älteren potracer da sind auf jeden fall diese zwei steine das absolute highlight wie gesagt so 15 euro wenn man die acht euro raus nimmt eine kleine bestellung sonst ansonsten ja und jetzt kommen wir zu dem absoluten brüller da ich habe meine ganzen preise im shop aktualisiert da habe ich so einen kleinen fehler gemacht ja also ich habe das teil einfach auch auf durchschnitt gesetzt und ein bisschen rabatt gegeben wobei das bei mir in einem echt sehr guten zustand ist ich habe da jetzt vielleicht ein 10er weniger ja aber das ist ja aus dem konvolut von daher das kann ich noch verkraften und zwar gucken wir mal drauf hier was geht da raus hier oben erstmal so eine fahne ein bisschen was an stein zwei laternen auch cool habe ich noch nie verkauft glaube ich gehen endlich auch mal raus ein seil hier auch wichtig immer zu gucken wie lange es tatsächlich ist und das habe ich halt noch mal nachgemessen zwei euro noch was krass ja dann hier so zwei was ist das fins cones mit fins oder bricks round bricks mit fins dann hier electric light brick mit einer lampe 1 80 etwa und hier der train 9 volt mit wheels und alles funktionstüchtig ist für fast 38 euro oder 37 euro 40 in dem zustand wäre wahrscheinlich auch 50 euro oder so wert gewesen kommt natürlich immer darauf an ob man es auch verkauft bekommt zu dem kurs aber das teil ist wirklich in einem grandiosen zustand ich habe hier alles auch schön eingepackt hier seht ihr erstmal das den brick mit dem licht da dran ich meine sieht man auch nicht alle tage habe ich übrigens auch getestet hier noch mal das seil auch eingetütet die ganzen anderen bricks eben auch also hier die laternen da habe ich auch die köpfe dazu also die trends yellow köpfe die das licht darstellen sollen und auch den hier diesen dich habe ich auch dafür da ja das heißt ihr könnt bei mir theoretisch ganze laternen dann immer bestellen könnt einfach mal reinschauen und das wirklich spannende ist eben hier der triebwagen der neuen volt wagen und da seht ihr es hier die beiden aufnahmen sind ganz hinten auch noch mal beide sind auch noch intakt das teil funktioniert auch noch generell die lampe habe ich auch getestet das teil auch das kann man wenn man jetzt keine kein akku pack oder sonst was hat das ist niedrige spannung hier bei den dingern da habe ich dann eine stopp 9 volt batterie war es einfach 6 volt batterie genommen zwei kabel genommen zack angehalten und das hat alles funktioniert ich habe auch noch ein technik kabel im shop damit kann man das verbinden alles funktionstüchtig ja das kann man damit halt relativ leicht testen falls ihr sowas eben auch habt nehmt euch einfach mal so ein bisschen kabel ja eine batterie und da kann man das so ein bisschen hin und her testen natürlich nichts hoch volt spannungs technisches weil dann macht ihr das zeug kaputt aber so eine niedrige spannung kann man da eigentlich ganz gut nehmen aber ganz wichtig passt auf keiner keine empfehlung natürlich von mir das habe ich jetzt nur mal so gesagt wie ich es halt mache aber hypothetisch kann man das damit testen ja tut euch nicht weh ja unter aufsicht von erwachsenen probieren und ich habe das alles in sicherer schutzatmosphäre getestet und wissenschaftlich ihr wisst wie es ist auf jeden fall haben wir hier dann diesen schönen wagen dabei und der allein wie gesagt kostet 35 euro sie oder 37 euro wirklich krass und der wäre wahrscheinlich wie gesagt auch ein bisschen teurer weggegangen aber so ist das auch vollkommen in ordnung schöne bestellung das sind ja auch hier knappe 50 euro dann und ja das würde ich sagen sind doch mal schöne bestellungen die auch mal wirklich besonders sind und die werden jetzt gepackt gehen heute noch in die post und damit würde ich auch sagen vielen lieben dank für die bestellungen wir werden uns auf jeden fall beim nächsten bestellungspack video sehen es wird aber auch noch ein review folgen da werde ich heute hoffentlich zeit finden das review noch aufzunehmen das heißt vielleicht habt ihr sogar schon gesehen oder es kommt die tage wir werden sehen ja review kommt noch ein eins und ansonsten ich habe viel zu tun ich mache das ganze hier zum hobby nebenbei mit dem genau genommen mit dem shop auch ja ist zwar angemeldet aber es ist eigentlich mehr non hobby genauso der kanal alles eine entspannte nummer hier seht ihr es auch da ist einiges an überbestand im shop aktuell bzw was noch weg sortiert werden muss wo ich aber keine lagerplätze aktuell für habe oder wo einfach meine lagerflächen überfüllt sind werde ich auch noch ein bisschen arbeit reinstecken müssen wenn ich ein bisschen zeit habe mein lager wieder zu erweitern und damit würde ich sagen sehen wir uns einfach beim nächsten video macht es gut und ciao